Also, was klingen Sie Schönes? Die Krone von Palermo. Was? Na und jetzt? Jetzt sitzen wir hier rum wie die Ölgötzen. Oh, oh, na, hey, hey! Oh, ne ganz große Tür. Wenn Sie rechts reinkommen, gleich links. Ich bin Herzogin Stefanie. Ein Königreich für einen Wandschrank. Bitte, was wollen Sie von mir? Aprika. Tja, wir müssen uns wirklich überlegen, meine Herren, das machen wir bei allen Abschlüssen so, nicht? Und da müssen wir auch noch über die näheren Bedingungen ein bisschen sprechen. Ich meine, so Gage, Dau des Gatspiels, nicht? Und so. Ich meine, dazu brauchen wir Zeit und Zeit haben wir leider überhaupt nicht momentan, nicht wahr? Vielleicht sprechen Sie noch in der nächsten Saison ein bisschen bei uns vor. Ja, Antonio, klingelst du wieder, höchste Zeit, komm raus, Mensch, jetzt ablehnen, doch ablehnen. Meine Herren, auf Wiedersehen, da war mir ein Besatz-Rusers-Fest. Vielleicht schreiben Sie doch mal ein Postkernchen, nicht wahr, dass wir Sie nicht verfehlen. Kommen Sie mal vorbei, ruhig nicht wahr? Und das kann ich immer so, wie man will und wir können ja auch nicht so, wie wir wollen, aber absolut nicht. Das werden Sie ja inzwischen schon gemerkt haben. Ich hoffe, Sie können mir gar nicht folgen, ich konzentriere diesmal nicht. Tag, äh, Servus.